Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video würde ich gerne ein Thema ansprechen, das viele Menschen betrifft, nicht nur Pferdehalter. Und zwar geht es darum über System, in System erschaffene Konstrukte und unsere Teilnahme an diesen Konstrukten, weil die Konstrukte, egal welche, können ja nur bestehen, indem Menschen sie unterstützen oder Teil daran nehmen. Eine Frage dazu, würdet ihr eine Ausbildung machen, nach welcher ihr euch nicht so nennen dürft, außer ihr macht dann Fortbildungen laufen, dass das als Voraussetzung dafür ist. Bedeutet das dann, das Wissen, das ihr erlernt habt, ist nur zwei Jahre wert und danach nicht mehr? Es gibt Menschen, die machen das, die halten diesen Konstrukt aufrecht. Oder andere Frage, wie funktionieren die Ausbildungen, die Systeme, warum ist es für manche Menschen so wichtig, dass jemand einen Titel hat? Ich zum Beispiel habe in diesem System mehrere Ausbildungen und mehrere Titel und ich kann euch versichern, manche von denen sind nichts wert. Wir werden das in allen Bereichen sehen, dass wir Menschen haben, die verschiedene Ausbildungen gemacht haben, Studien und so weiter, aber nichts davon eigentlich können, nicht gut sind in ihrer Arbeit. Deshalb werden wir in Medizin finden, dass es hervorragende Ärzte gibt, dass es aber lausige Ärzte gibt oder auch Menschen, die sich selbst weitergebildet haben auf diesem Gebiet und anderen Menschen helfen können, obwohl sie kein abgeschlossenes Studium haben. Trotzdem können sie den Menschen helfen. Und wir werden das in jeder Branche sehen. Und dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an Hohpflege. Was ist, wenn jemand eine Ausbildung macht und bei der Abschlussprüfung verweigert, ein lahmes Pferd auszuschneiden? Ein Pferd, das schon sehr viel an den Hufen ausgeschnitten worden ist, das offensichtlich lahm ist und sich wehrt. Und dieser Mensch verweigert praktisch, dieses Pferd auszuschneiden. Dieser Mensch weiß ja alles und hat alles gelernt wie alle anderen in dieser Ausbildung. Und er schmeißt in dem Moment alles weg und bekommt kein Abschlussdiplom für diese Ausbildung, weil dieser Mensch sich auf der Seite vom Pferd gestellt hat. Alle anderen haben es gemacht und dieser Mensch hat es verweigert. Wer hat jetzt mehr Ahnung über diese Sache oder wer hat sich ethisch korrekt verhalten, wer hat Rückgrat, sich so zu verhalten, weil das kostet natürlich auch Geld, das kostet Zeit, man investiert sehr viel so in diese Ausbildung, die man macht. Und man schmeißt alles hin, weil man sich auf die Seite vom Pferd stellt und sagt, ich mache das nicht. Für mich ist es eine Sache, die ich wirklich gut finde. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich von diesen Konstrukten befreien und begreifen, dass das nur System ist. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen sich sehr, sehr viel selbst beibringen können, dass die Menschen alle Anlagen in sich tragen, alles zu lernen, was es auf der Welt gibt. Natürlich mit Hilfe auch Kurse. Man muss natürlich je nach Gebiet, je nach Branche sich sehr, sehr intensiv mit der Sache auseinandersetzen. Kommt drauf an, was man gerade lernt. Weil eine handwerkliche Tätigkeit, wenn man handwerklich begabt ist, kommt ja natürlich auch Begabung hinzu, ist eigentlich relativ schnell zu lernen. Als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu etwas, was man wirklich tief studieren muss, damit man das überhaupt begreift, worum es da geht. Das ist auch, glaube ich, Begabung und viel Talent auch, was man in sich trägt, weil jeder hat ja auch andere Interessen. Und wenn wir jetzt aber Pferde als unser Hobby oder sehr große Teil unseres Lebens haben, dann denke ich, dass alle Bereiche rund ums Pferd, wenn wir über Fütterung sprechen, wenn wir über Hufe sprechen, wenn wir über Stahlkonzept, Lebensbedingungen und so weiter und so weiter sprechen, man sich selbst aneignen sollte. Und ich bin immer dafür, dass die Pferdehalter die Gesundheit eigener Tiere in die eigenen Hände nehmen. Wir werden sehen, dass es gerade auch in der Pferdeszene sehr viele Experten gibt oder Leute, die eben in verschiedenen Bereichen rund ums Pferd arbeiten. Aber es fehlt ein ganzheitlicher Blick auf alles, weil die Hufleger beschäftigen sich meist nicht so viel mit Fütterung oder anderen Sachen bzw. auch Verspannungen bei den Pferden, wie man die löst im Körper und so weiter. Und die Menschen, die das machen, beschäftigen sich wiederum nicht so großartig mit Hufen, verstehen die Zusammenhänge nicht, die in Hufen passieren. Und wir brauchen eine ganzheitliche Betrachtungsweise an dieses Tier, weil das ist ja nicht nur Hufe oder nicht nur Fütterung oder nicht nur Lebensbedingungen, sondern das ist alles zusammen, das Gesundheit definiert bei den Pferden. Und hier ist der kompetenteste Anspruchspartner eigentlich der Pferdehalter selbst. Weil Pferdehalter ist täglich mit seinem Tier, erlebt sein Tier, fühlt sein Tier, hat aber auch Zeit in sein Tier zu investieren, weil natürlich jeder liebt ja sein Tier, sein Pferd und will, dass es ihm gut geht. Deshalb denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Pferdehalter, sich zu schulen. Und zwar, das muss ja auch nicht unbedingt eine Ausbildung sein, obwohl die natürlich auch gut ist. Aber in einer Ausbildung haben wir das Problem, wenn wir uns jetzt entscheiden für eine Sache, dann wird Fokus sehr, sehr beengt. Und wenn Fokus beengt ist, dann verliert man Blick für Ganzheitliche. Ich erlebe zum Beispiel sehr viele Hofleger, die wirklich wie Besessene an den Hufen arbeiten, um einen bestimmten, perfekten Hof hinzukriegen. Und viele scheitern dran, weil das einfach das andere auf der Strecke bleibt, weil man überhört, was das Pferd sagt. Ich begrüße, dass man alles lernt, was man nur lernen kann und von allen Seiten anschaut. Ich begrüße, wenn man das von verschiedenen Perspektiven anschaut. Weil wir haben in jedem Bereich bei den Pferden, haben wir Leute, die gute Resultate erzielen. Und wenn wir uns für eine Ausbildung entscheiden, egal welche das ist, sei es jetzt Hufe oder Physio oder was auch immer, dann wird Fokus sehr, sehr verengt. Und dann übersieht man so viele Sachen, da bilden sich auch teilweise Lager, die sich dann gegenseitig bekämpfen. Wir sehen das in der Huflege, das ist so allgegenwärtig und das nutzt den Pferden nicht. Das nutzt den Pferden überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass die Pferdehalter sich für diese Sache mehr interessieren, das in eigene Hände nehmen und nicht jemanden anderen überlassen. Und das kann jeder. Jeder kann anfangen, sich dafür zu interessieren, sich ein Buch holen, richtig lesen. Das steht auch in vielen Büchern drinnen, sehr, sehr viel Wissen. Man kann sehr, sehr viel selbst umsetzen, wenn man dann noch einen Kurs macht, wo man das sieht, wo man das erklärt bekommt. Dann traut man sich auch erst einen Schritt zu machen und dann sieht man sehr schnell eigentlich auch Resultate. Ich sehe es immer wieder in meinen Kursen, wie schnell und gut Leute das umsetzen können. Und wie viel sie die Situation für ihre Pferde verbessern. Pferde, die mit unmöglichen Hufen laufen, von ausgebildeten Menschen so in diesen Zustand gebracht. Und dann kommt ein Pferdehalter, besucht eben Kurs und fängt an selbst zu korrigieren. Und auf einmal läuft das Pferd besser, die Probleme werden beseitigt. Und auf jeden Fall wird der Zustand verbessert, ja. Und dann entwickelt sich daraus auch ein anderes Interesse, ja. Weil wenn Pferdehalter sehen, wie viel sie selbst bewegen können, wie viel sie selbst verbessern können, dann erwächst es ein Interesse, wo man sich dann auch weiterbildet, weitere Bücher liest, weitere Leute anschaut, weitere Kurse besucht. Und dann einen ganzheitlichen Blick über alles bekommt. Also möchte ich euch ermutigen mit diesem Video. Nehmt Gesundheit eurer Pferde in eure Hände. Eröffnet euren Blick für Wissen über alle diese Zusammenhänge rund ums Pferd. Und lernt selbst. Und dann könnt ihr dann so viele Sachen selbst machen. Und dann macht ihr eure eigenen Erfahrungen. Und dann seid ihr nicht auf fremde Hilfe mehr angewiesen. Natürlich mit der Zeit, ja. Wenn ihr euch da auch Erfahrungen angeeignet habt. Und das ist ja so, dass Übung den Meister macht, ja. Man muss auch üben, je nachdem, wie gesagt, wie man auch handwerklich begabt ist. Oder wie man das gut umsetzen kann. Aber prinzipiell läuft es immer in eine wirklich sehr, sehr gute Richtung. Und diese Richtung möchte ich auf jeden Fall unterstützen. Ja. Unterstütze Pferdehalter in Bemühungen selbst etwas zu verändern für ihre Pferde. Und einen ganzheitlichen Blick zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. So. Damit wünsche ich euch das Beste für eure Pferde. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.